Hallöchen und herzlich willkommen zu diesem Special Video und zwar geht es um unser 200 Abonnenten Special Gewinnspiel und ihr wisst, ihr könnt 20€ Steam Game Gutschein gewinnen. Und das funktioniert jetzt dementsprechend, ich habe im Vorfeld dieses Videos alle Kommentare rausgelöscht, die nicht den Anforderungen entsprachen. Das heißt, Videos, also Kommentare, die doppelt drin waren, bzw. wenn Leute zwei Kommentare geschrieben haben, habe ich immer eins rausgelöscht, weil es sonst nicht fair ist, weil der eine größere Wahrscheinlichkeit hat zu gewinnen. Dann, was ich auch noch gemacht habe, ist Kommentare rausgelöscht, die keinen Inhalt hatten, wie wir das gefordert hatten, von wegen, wir hatten gesagt in dem Video, wir wollen von euch, dass ihr sagt, welches das beste Let's Play von uns ist und warum. Beziehungsweise das beste Video von uns. Und alle, die das nicht gemacht haben, denen habe ich einfach ohne Rücksicht auf Verluste das Kommentar rausgelöscht, weil es nicht fair ist, gegenüber denen, die sich die Mühe gemacht haben, tatsächlich etwas rauszusuchen und das zu argumentieren, warum das denn tatsächlich das beste Video von uns ist. Das heißt, übrig bleiben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Kommentare bleiben übrig. Und um rauszufinden, wer gewonnen hat, machen wir das über random.org. Das ist ein Zufallsgenerator, der generiert mir eine Zahl zwischen 1 und 9 und dann weiß ich, welcher Kommentar. Wir beginnen oben mit dem Zählen, ne? Ganz klar, also das hier ist Kommentar Nummer 1 und das ist Kommentar Nummer 9. Dementsprechend gebe ich hier 1 bis 9 ein und generiere das Resultat 6. Das wäre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Crueltylives gewinnt. Und zwar der Mike und nicht der andere. Sorry an alle anderen. Aber vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Ich werde Crueltylives kontaktieren, also den Mike von Crueltylives und ich hoffe, ihr seid wieder dabei, wenn es das nächste Mal wieder ein Gewinnspiel von uns gibt. Kommt nämlich bestimmt wieder eins. Und ja, bis dann. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich habe vieles daraus gelernt. Also, so viel war es nun auch wieder nicht. Neun Kommentare, aber immerhin neun Kommentare von Leuten, die sich die Mühe gemacht haben, mir zu sagen, warum meine Let's Plays gut sind oder warum sie diese mögen. Ja. Gut. Vielen Dank. Das war's von mir. Gewonnen hat Kommentar Nummer 6. Ich check das nochmal nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Crueltylives. Mike, du bist glücklicher Gewinner des 20-Euro-Videospiele-Gutschein auf Steam. Ich werde dich kontaktieren. Bis dann.